Musik Hi Leute und herzlich willkommen wieder hier auf Andi's Kanal. Habt ihr gerade gesehen, wie unsere Fensterbänke aussehen? Da stehen überall die Jungpflanzen drauf, teils pikiert, teils unpikiert. Das nimmt jetzt so richtig Form an und wird richtig zur Arbeit. Da werden wir heute Abend weitermachen und werden noch die ein oder anderen Pflänzchen weiter pikieren. Was steht heute an? Ich muss jetzt gleich zur Arbeit, da habe ich dann meinen Arbeitstag vor mir. Und zunächst werde ich jetzt mich aufmachen, werde noch mal zur Apotheke fahren, noch ein bisschen Medizin holen, denn ganz leicht angeschlagen bin ich. Und werde mich dann aufmachen zur Arbeit. Ich würde sagen, auf geht's! Jawohl, Müll einseucht. So Leute, jetzt geht's los. Jetzt werden wir erstmal zur Apotheke fahren und ein paar Nasentropfen besorgen, denn irgendwie bin ich ganz leicht angeschlagen. So Leute, Nasentropfen sind gekauft und jetzt geht's dann weiter zur Arbeit. Und dann werden wir erstmal ein paar Stunden auf Arbeit verbringen und dann geht es Richtung Heimat und dann werden wir uns noch ein bisschen im Garten beschäftigen. Aber jetzt zunächst erstmal auf Richtung Arbeit. Jo Leute, sechs Stunden Arbeit sind geschafft. Das Wetter sieht jetzt nicht so berauschend aus mehr heute. Es ist dicht bewölkt und muss mal sehen, was zu Hause noch zu machen ist, was wir noch tun müssen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir zu Hause angekommen sind. So, jetzt haben wir Feierabend. Die Sonne ist doch noch rausgekommen und da werde ich jetzt gleich mal schauen, was noch im Garten zu erledigen ist. Da hinten seht ihr die herrliche Sonne. Da ist es total dunkel. So, dann gehen wir jetzt erstmal. So, der erste Tag ist fast geschafft. Jetzt haben wir gerade lecker Abendbrot gegessen. Ein leckeres Steak haben wir zum Abendbrot gegessen und jetzt werde ich nochmal zu den Tieren gucken. Da sind sie, Moritz und Kaschi sind am Heu, genießen das Heu. Ja, das gefällt euch, ne? Ihr Lieben. Hühner und Enten, die dürfen ja nur endlich wieder raus nach der langen, langen Steilpflicht. Haben sie wieder Auslauf und dürfen raus. Das ist auch recht schön. Ihr genießt das auch, ne? Wieder an der Luft zu sein. Ja, Vater Erpel. Auch wenn du hier so einen Aufstand machst. Genau. Du sitzt da drin und machst Ballett. Ja, ne Menge zu tun noch hier. Wie ihr seht, aber das ist dann beim nächsten Mal dran. Ja, das soll so gewesen sein heute mal. So ein kurzer Vlog vom Tag. Morgen geht es dann weiter. Mal sehen, was wir morgen alles so anstellen hier. Morgen gibt es dann auch wieder neue Bilder vom Garten. Das habe ich jetzt heute nicht mehr geschafft. Die seht ihr denn morgen. Wenn euch das gefallen hat, Daumen nach oben. Kostenlos abonnieren nicht vergessen. Schreibt uns was in die Kommentare. Empfehlt uns weiter. Schaut auch unsere anderen Videos. Ansonsten sage ich Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye.